hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wie auf die nachdenken und heute habe ich das spiel war robots ich werde es mal starten voll betreiben habe mein account ja runtergeladen mein account wiedergefunden ich habe mir auch gerade schon die ganzen werbungen angeschaut weil wenn man hier durch morgens einloggt kommt hier euren sicherheit erstmal einloggt kommt wie hier jetzt ganz viel werbung damit die sachen umsonst bekommst sachen aufwertest das habe ich schon alles gemacht außer jetzt kann ich gerade noch mal was anderes naja pech gehabt jetzt gut dann gehen wir als erstes mal die ganzen einzelnen durch ne ich muss sparen bis ich hier 100 habe pause war natürlich noch besser aber das dauert schon eine ewigkeit abholen, kaufen, abholen, kaufen, abholen, kaufen ich will mir die Puzzeteile von Nemesis dann habe ich halt Nemesis bei denen habe ich noch nicht das sind heute viele Queste hier oder? siehste jetzt bin ich äh jetzt die Quest schon fertig obwohl ich vorhin nur werbung angeschaut habe das hat fast zehn minuten gedauert heftig so viel werbung war denn das also das spiel macht schon spaß es ist halt nur sehr sehr werbung lastig hier ist auch wieder werbung anschauen muss man nicht machen die werbung anschauen aber bekommt man natürlich sachen da durch und sagt da hier drei stück hm ich verstehe es nicht egal jetzt gehe ich mal hier auf Roboter wechseln also ich habe den hier ganz laut Cossack Jesse Caret der große Paton Destiny Fidgetz Doc Golomb die habe ich und hier habe ich Leo Natascha Griffi und Fuji ich hatte gerade mein Dingens erstärken Stärken das ist so teuer kann ich nicht machen kostet 500 ich habe hier noch 75 ach je und der auch oh der ist doch beim ersten mal vielleicht sei er preiswerter nein genauso teuer naja warum sind die Sachen hier so teuer und bei dem bestimmt dann auch 500 oh der ist schon weiter ist aber auch 500 na gut ja gut das war mein Roboter ausgerüstet sind sie schon dann gehen wir mal gleich kämpfen erstmal hier noch abholen zum kampf wir nehmen einfach den schnellen kampf sprich ich gehe dahin wo es als nächstes was frei ist und wir fangen an mit mit die nachkämpfer Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt fähren Kämpfer. Auf irgendeiner. Irgendein welcher Treffen. Wow. Das geht durch den Schild durch. Hm. Das tut mir nicht an. 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 Alle springen wie sie springen. Das tut mir nicht an. Jetzt haben wir nicht. Ah. Die sind voll gestorben. Hätte er nicht warten können. Das tut mir nicht an. Das tut mir nicht an. Das tut mir nicht an. Oh Joa. Komm wie dem nahe Kämpfer. Kann man ein bisschen aufräumen. Das war ein bisschen langsamer. was Den haben wir noch in der Kampfer, den haben wir noch. Oh oh, die haben die Riesen da. Oh jesss. Das war's. Das ist eine große Bedeutung. Angewiesen habe ich keine Chance. Es ist mir nicht hinterher gerannt. Hm, schau. Und da ist auch noch einer. Das gibt es doch nicht. Da ist auch noch einer. Verbreinende. Nein. Das kann doch nicht sein. Da kann doch nicht jeder so ein Riesenspiel. Okay, wir haben auch einen. Und da kann ich nicht mehr. Ja. Meine ganzen Maschinen sind down. So kann ich den zuschauen, der mich gekehlt hat. Hier ist einer. Da ist einer. Da ist einer. So was von ungefähr. So eine Mist. Auf jeden Fall, das war jetzt der zweite Kampf. Einen mache ich noch. Dann schauen wir mal nach. Ob wir irgendeine Quest fertig haben. Was ich eigentlich nicht glaube. Aber gucken kostet ja nichts. Außer ein bisschen Zeit. Oh. Auf der Brücke. Anderen Standort. Nehmen wir den da. Auf der Brücke. 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 Ich habe meinen ersten Kill heute. Das war's für heute. Na, kann ich nicht mehr. Aber hier sind die große Betracht. Das kommt mal. Hab's auch. Soooo. Und Das sind die besten Nahkampfer von hier oben drauf. Also in meinem Levelbereich jeweils, wenn ich jetzt höheres Level habe, ob da noch bessere kommen. Ich denke mal bestimmt. Aber jetzt erstmal in meinem Levelbereich ist das möglich. Richtig heftig. Richtig heftig. Richtig heftig. Ach, jetzt auch. Eieieiei. Dann bleibt schon. Richtig heftig. Ach. 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 Uh oh. Uh oh. Uh oh. So, drei blaue und kein roten. Oh, alle da hoch. Cool. So, das war jetzt der dritte Kampf. Jetzt schauen wir uns auch mal die Teambewertung an. Ich bin an dritter Stelle. So, von meinem Team an dritter Stelle. Das ist das gegnerische Team. Ich seh mal, das ist einer der Team getötete Team. Ich hab sechs. Ich seh mal, der erste hier war bestimmt einer, der den einen großen Roboter da hatte. Wie bei denen hier auch. Obwohl die jetzt in zwei gehabt. Keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall die Kills. Das ist der verursachte Schaden. Und das sind glaube ich die Punkte, die man dann kriegt. Clan gibt's nur mich drinnen in den Clan. Ich bin ganz alleine. Ich brauch noch zwei EPs heute. Also, ich muss noch einen Kampf machen. Zweiten Pace. Das wird dann auch der letzte Kampf sein. Okay. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Oh. Boah... Bisschen Nahkämpfer, geh nach vorne. Lauf nicht hier hinten rum. Nee, nee, nee. Wieso? Ich geh in ein Stadion rein. Und, erst mal jetzt dann... Es ist ein Stadion rein. Lassen Sie mich in Lacken spielen. Die Flies ist doch... ...und die Kampel schossen. Zack Oh nein, mein Bein ist wo schlägt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pro Spiel, was ich gemacht habe, darf ich mal eine Werbung schauen, also sprich, ich habe jetzt so vier Runden gespielt, also könnte ich mir vier Werbungen anschauen. Eins, zwei, drei, vier. Bei dem würde ich mal sagen, der wird nicht alles machen. Die können vielleicht fertig werden, die fertig. Und die war nicht. Wie viel man immer dazu kriegt, kann ich leider nicht sagen, das weiß ich jetzt auch nicht so aus. Und man kriegt dann was dazu. Gut. Das war's dann für heute. Oh, hier. Level 3 bin ich jetzt. Schön. Das noch. Level 6 jetzt. Da oben ist da was. Oh, 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 oh. Schere zugekommen. Piloten. Aber da brauche ich keine. Den Navi soll ich so schauen. Und steht ja auch hier 11. Das war cool. Legendär. Oh, 2500. Eieieiei. Ich habe jetzt so 550 fast. Dafür noch 18 Punkte. Ja. Und das war's. Wie teuer war der fünfte Platz? 5000 Gold. Wah. Heftig. Ich habe, glaube ich, drei Stück letzten Kampf verdient. Sonst kriegst du halt noch hier drüber, über die Einsätze. Einsatz. Und halt durch die Queste. Wenn du die Queste erledigst, kriegst du auch noch Gold. Gut, das war's für heute. Ich höre mir mein Ticket ab und sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Na, kriege ich das Ticket nicht mehr? Okay. Tschüss, tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020